Und nun 5 schnelle Antworten auf die Fragen, die uns am meisten gestellt werden. Darf ich nach dem Training etwas essen? Ja, und was genau du essen solltest, erfährst du von deinem Trainer. Laufen ist die beste Sportart zum Abnehmen? Nein, eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauertraining ist der beste Weg zum Abnehmen. Machen Nüsse dick? Nur Nüsse zu essen ist für die Figur sicherlich nicht optimal. Aber keine Sorge, ein paar Nüsse am Tag schaden der Figur überhaupt nicht. Muss ich mich vor dem Training aufwärmen? Ja, das hängt allerdings von deinem Trainingsplan ab. Bekomme ich durch mehr Bauchtraining automatisch ein Sixpack? Nein, das heißt, das siehst du nur nicht, wenn dein Körperfettanteil nicht stimmt und somit dein Sixpack noch versteckt ist. Das war 5 schnelle Antworten auf die Fragen, die uns am meisten gestellt werden. Weitere Infos bekommst du bei unseren ausgebildeten Trainern.